Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen eine Webseite vorstellen, in welcher Sie Plagiate Ihrer Seite sehr schnell erkennen können. Das Ganze teste ich an meiner Seite, also einfach die URL hier eingeben, dann scannen lassen und nach einiger Zeit sollte dann hier ein Ergebnis folgen. Und Sie sollten eine Auswahl bekommen der Seiten, die Sie hier durchsuchen lassen können. Und wir wählen jetzt einfach mal hier irgendwelche aus, warten dann auf das Ergebnis. Dann sollte das Ergebnis so lauten, no results were found, suchen wir diese Seite hier noch einmal durch. Und falls Sie solch eine Nachricht hier bekommen, dass Sie in diesem Monat schon viel zu viele Seiten durchsucht haben, dann einfach mit einem Proxy-Tool diese Begrenzung hier umgehen. Also ich für meinen Teil habe zum Beispiel gute Ergebnisse erzielen können. Ich glaube insgesamt kann man fünfmal hier kostenlos Seiten absuchen. Und ich gehe nochmal zurück, hier auf den Fragezeichen einmal raufgeklickt, bekommen wir hier eine kleine Erklärung, wie jetzt Copyscape hier überhaupt solche Plagiate finden kann. Also es wird hier ein Algorithmus durchgeführt, der Kopien des eigentlichen Inhalts dieser Seite dann findet. Aber wie der Algorithmus funktioniert, steht hier nicht. Aber wie gesagt, mein Test war sehr erfolgreich. Ich habe hier ein Plagiat gefunden. Und wie gesagt, mit einem Proxy-Tool lässt sich diese Sperre dann auch sehr leicht umgehen. Sollten Sie auf jeden Fall mal bei Ihrer Seite ausprobieren. Und wenn Sie ein Plagiat finden, dann können Sie den Administrator der Seite natürlich anschreiben. Wenn keine Reaktion kommt, können Sie dann weiter fortfahren. Ja, soviel zu Copyscape. Leider ist die Begrenzung mit fünf Seiten suchen ein bisschen wenig, aber die Seite möchte ja auch etwas verdienen. Und dann würde ich sagen, soviel zu Copyscape. Okay.